... Verbundenheit nach Bosnien, zu deinem Heimatland und natürlich auch zu dem Land, in dem dein Vater ist, wo immer seine sterblichen Überreste sind. Und deine Familie, die Busfahrten dorthin, du bist da immer irgendwo sehr nah und du singst gerne bosnische Lieder. Magst du für uns eins anstimmen? Ach, really? Darauf hast du mich nicht vorbereitet. Nein, habe ich dich nicht vorbereitet. Ja, aber scheiß drauf, klar mache ich es. Klar mache ich es. Das muss erst mal reichen. Aber noch hast du gesungen. Geht's. Seid!